Hey Johannes hier von NewGadgets.de und zur CES in Las Vegas stellte MSI sein Gaming Notebook Stealth GS77 vor. Jetzt habe ich mir auch endlich mal das flache 17 Zoll Notebook für ein Video schnappen können. Die Stealth-Reihe steht ja für dünne Gaming Notebooks und mit einer Höhe von nur 20,8 mm und einem Gewicht von 2,8 kg ist es auch recht kompakt und leicht für ein 17,3 Zoll Notebook. Schauen wir uns einmal das IPS-Level-Display an. Hier haben wir eine UHD-Auflösung, die beträgt 3840 x 2160 Pixel und eine Bildwiederholrate von 120 Hz, also für wirklich flüssige Animationen. Außerdem hat es eine hundertprozentige DCI-P3-Farbraumabdeckung. Über dem Display befindet sich die Full-HD-Webcam, die auch über einen Infrarotsensor verfügt und auch über einen extra Ausschalter. Dank dem Vierfach-Mikrofon-Array hört man euch auch anständig. Das ist natürlich top für Videokonferenzen, die ja heutzutage wichtig geworden sind. Schauen wir uns mal die Leistung an, denn das ist ja das Wichtigste, wenn wir uns einen Gaming Notebook anschauen. MSI hat hier natürlich mehrere Konfigurationen im Angebot, was Prozessor, RAM, SSD etc. angeht. Das von mir hier getestete Notebook hat einen Intel Core i9-12900H 14-Kernprozessor mit bis zu 5 GHz Taktrate, 64 GB DDR5 Arbeitsspeicher und eine 2 TB M.2 PCIe 4.0 NVMe SSD. Dazu kommt dann noch eine Nvidia GeForce RTX 3080 Ti. Das ist dann die Laptop-Grafikkarte mit 16 GB GDDR6 VRAM. Das ist schon auf jeden Fall ein richtiges Kraftpaket für alle aktuellen Games, aber auch für leistungshungrige Anwendungen wie beispielsweise 3D-Modeling oder auch Videobearbeitung. Von den Anschlüssen her haben wir hier auf der linken Seite zwei USB 3.2 Gen2 Ports, ein 3,5 mm Audio Port und hier ist auch der Webcam Schalter. Auf der rechten Seite haben wir hier einen SDXC Kartenleser, zwei USB-C Ports, einmal USB 3.2 Gen2 und USB 4.0 über Thunderbolt 4. Auf der Rückseite ist ein 2,5 Gigabit Killer Ethernet Port, ein großer HDMI Port und ein weiterer USB 3.2 Gen2 USB-A Port. Das ist natürlich sehr praktisch, denn dann kann man diese Kabel nach hinten abführen und sie stören nicht beim Zocken. Also hier habt ihr dann das Displaykabel, LAN und auch beispielsweise ein Kabel für eine Maus. Bei der Tastatur ist hier eine SteelSeries Gaming Tastatur verbaut, die auch über eine RGB Einzeltastenbeleuchtung verfügt. Darunter haben wir hier ein großzügig dimensioniertes Touchpad mit integrierten Tasten und rechts daneben einen Fingerabdrucksensor zur Authentifizierung. Der Vierzellenakku hat eine Kapazität von 99,9 Wh und hier hat MSI das absolute Maximum verbaut, was man noch mit in ein Flugzeug nehmen darf. Aber dennoch sollte man beim Zocken das 240 Watt Netzteil anschließen, denn erst dann steht die volle Leistung zur Verfügung, die man bei einem Gaming Notebook ja auch haben möchte. Die Stealth-Reihe, die macht ihrem Namen alle Ehre, denn man möchte damit jetzt nicht so sehr auffallen. Also das einzige RGB, was wir hier in diesem Notebook haben, ist ja zum Beispiel die Tastatur. Also man kann das Notebook auch bedenkenlos mal mit auf ein Meeting nehmen und wird dann nicht schief von den Kollegen angeschaut, weil man dann ein blinkendes Gaming Notebook dabei hat. Von der Konnektivität her steht hier Killer Wi-Fi 6E und Bluetooth 5.2 bereit. Das Betriebssystem ist hier natürlich auch schon das neue Windows 11 Pro. Also mit dem MSI Stealth GS77 haben wir hier auf jeden Fall ein Notebook mit einer klaren Linienführung ohne überflüssige Schnöckeln. Und die hier verbaute Hardware, die muss sich auch nicht vor Gaming-Desktop-PCs verstecken, denn wir haben hier ordentlich Power. Falls ihr Interesse am MSI Stealth GS77 habt, dann findet ihr unten in der Videobeschreibung einen Link mit der aktuellen Verfügbarkeit und dem Preis. Und wenn ihr Fragen habt, dann stellt sie doch gerne unten in den Kommentaren und ich werde versuchen, sie für euch so schnell wie möglich zu beantworten. Hat euch das Video gefallen, dann würde ich mich natürlich sehr über einen Daumen nach oben freuen und wenn ihr meinen Kanal abonniert und die Glocke aktiviert, um keines meiner zukünftigen Videos zu verpassen. Also, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns in meinem nächsten Video. Ciao!